Familienlandesrätin Verena Tunst und das Familienreferat der Landesregierung veranstalteten am Schulgelände in Großpetersdorf ein großes Familienpicknick. Bei strahlendem Sonnenschein waren rund 800 Besucher und Besucherinnen der Einladung gefolgt. Getränke und köstliche Snacks wurden von Sponsoren bereitgestellt. Eine Picknickdecke und weitere Kleinigkeiten gab es ebenfalls gratis. Für Spielspaß und Spannung sorgten die Kinderfreunde Burgenland. Ich darf euch als Bürgermeister recht herzlich begrüßen. Ich bin froh, dass so viele gekommen sind. Es ist eine tolle Veranstaltung bei einem herrlichen Wetter und ohne euch wäre das nicht möglich gewesen. Sehr schön hier. Meine Kleine hat sich schon den ganzen Tag auf dieses Fest gefreut. Passt alles. Super Wetter. Wir können sich entspannen. Super hier. Was machst du da? Seifenblasen machen. Macht dir da Spaß? Ja. Ich strahle heute wirklich schön, dass Sie da sind, dass die Medien auch berichten können, dass wir ein unglaubliches Fest feiern können. Zum Ersten, wir feiern ja 15 Jahre Familienpass. Seit 15 Jahren gibt es den kostenlosen Vorteilspass für Eltern, aber auch für Großeltern, Kinder und Enkelkinder. Und mit diesem Familienpass kann man heute gratis alles bekommen, was man für das Picknicken braucht. Eine Decke, Essen, Trinken und natürlich ein tolles Programm mit vielen Kinderangeboten, vom Hüpfen bis zu vielen anderen Dingen. Also ein großes Fest, das gratis ist. Es geht mir um die Menschen, die nicht so viel Geld haben, dass ich, die das auch leisten können. Und es ist unglaublich viel los heute und dafür strahle ich auch. Also mir gefällt es hervorragend, vor allem es ist nicht nur in meinem Bezirk, sondern in meiner Heimatgemeinde. Und es freut mich wirklich, dass so viele junge Familien dieses Angebot wahrnehmen. Das Wetter passt natürlich optimal. Und wirklich viele nehmen diesen schönen Herbstsonntag, setzen sich hier gemütlich her. Die Kinder haben sehr, sehr viele Angebote, den Nachmittag zu verbringen. Und ich freue mich wirklich sehr, dass es so gelungen ist. Und macht dir auch Spaß? Ja. Wie viele Blasen hast du schon gemacht? Das weiß ich nicht. Aber viele. Ja. Spürst du auch jetzt mit den Blasen machen? Äh, ja. Und wie viele hast du schon gemacht? Ähm, null. Viele! Macht dir Spaß? Ja. Super! Herrlich! Schönes Wetter. Super Decken haben wir gekriegt. Wunderbar! Und was sagen Sie? Ja, wir sind das erste Mal da und uns gefällt es sehr gut. Und du hast gewonnen bei den Spielen? Ja. Hast du viele Spiele ausprobiert? Ja, nur das Einzige. Und das gefällt dir? Ja. Alles Sieger? Mhm. Also ich muss nur sagen, ich bin überrascht, wie viele Familien, egal ob jetzt Eltern, Großeltern, mit ihren Kindern gekommen sind, ich habe da selbst jetzt auch ein bisschen mitgearbeitet bei der Ausgabe von dem ganzen Equipment, das uns ja zur Verfügung gestellt wurde, vom Familienreferat und wo Eimsig gearbeitet wurde. Also ich bin wirklich sehr, sehr angenehm überrascht, wie viele Familien das wunderbare Wetter heute genutzt haben, um zu uns nach Großpetersdorf zu kommen. Es ist sehr schön. Das Wetter passt, also es ist herrlich für diese Jahreszeit. Und was sagen Sie? Ja, man hat mal Zeit für sich, die Kinder haben Spaß. Es ist ein wundervoller Tag. Und dann ist es ein wundervoller Tag. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017